Irgendwie haben die deutschen Frauen viel mehr Eier als die deutschen Männer. Die deutschen Männer heutzutage haben enge Cheathosen an, wo die Knie rausschauen. Und die deutschen Männer schminken sich. Und die deutschen Männer schauen weg, wenn was passiert. Und die deutschen Männer, die fahren auch nicht Motorrad, sondern die fahren E-Rollern. Und ich bin auch noch stolz drauf. Wir tun die deutschen Frauen so leid, dass die Männer das sagen in diesem Land.